Hallo Rüdiger, herzlich willkommen wieder heute am Montag vor der gelben Wand zu deiner Spieltaganalyse zum 21. Spieltag. Wie hast du den Spieltag gesehen? Wer waren die besten Mannschaften? Die beiden besten Mannschaften waren die beiden Brüstenmannschaften aus Dortmund und aus Gladbach. Und wer waren deine besten Spieler am Spieltag? Chinchika Gawa und Marco Reus. Und wie hast du Robben gesehen? Ganz zum Schluss im Spiel irgendwann mal. Das stimmt, ja, ging mir auch so. Und du fährst ja natürlich am Samstag nach Berlin mit deinem Fanclub. Die Mannschaft reist am Samstag wieder zurück. Du kommst mit deinem Fanclub erst zwei Tage später am Montag zurück. Warum? Wir wollen noch ein bisschen feuern in Berlin. Ja gut, pass auf, dann hole ich dich am Montag vom Bahnhof ab mit deinem Fanclub. Machen wir die Spieltaganalyse am Dortmunder Hauptbahnhof. Einverstanden? Das können wir machen mit mehreren Leuten dann. Okay, dann schaltet wieder ein am nächsten Montag, wenn es heißt, Rüdigers Spieltaganalyse. Und tschüss.